Dann geh ich in die Lobby. Alter, was ist das für ein geisteskranker Wind draußen, Marc? Naja, ich hab's auch gemerkt in der Früh. Ich glaub, ich kann aber bloß nur eins. Das ist Flo und Oma da wahrscheinlich. Was war's? Flo und Oma da. Ja. Also um zwei ist heute Spiel, oder? Ja. Meins findet das überhaupt statt bei den Wänden? Schau mal raus, Alter. Das geht lieblich ab, Alter. Ja, bloß weil der Wind geht, oder was? Ach, geisteskrank, Alter. Das ist kein Wind mehr, das ist ja okay. Da kannst du ja nicht einen Ball spielen. Ja, kann sein. Du musst nur Trio ändern. Du musst nicht bleiben. Hä, wieso ist das da? Achso. Da rede ich grad irgendwer draußen. Ich weiß, ob der Flo jetzt da ist. Du musst nicht verlieren Sie das, was dieses Kampf waren. Du musst nicht verlieren Sie das. Du musst nicht verlieren. Du musst nicht verlieren Sie das. Du kannst schnell wegnehmen. Du kannst nicht... Du musst nicht verlieren Sie das und dir das für etwas这里 verlieren Sie das. Und du kannst du nicht gucken. Ich habe es da. Sie tun die Arbeit. Dün! Du kannst das nach Inspect. ... Triff einen Gegner innerhalb von 30 Sekunden nachdem du durch die Tür gebrochen bist ja 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 Heut ist die Oma wieder da, damit ich mich mal sch... Ich hoffe, ich darf auch nichts hören, warum ich es letztens nicht ans Telefon ohne gar nicht habe. Ja gut, so gibt es nicht. Hast du den Stress mitbekommen? Nee. Naja, sehr sehr lange Geschichte. Oh nee, ich glaube, ich habe jetzt viel zu... bin viel zu drunter geflogen, ich doli, ach man. Ach man, gar keinen Bock da jetzt hinzulaufen. Egal, da sind Autos, ich gleich noch ins Auto da. Ich lande auf dem Bahnhof davor hier und fahre da mit dem Auto gleich weiter. Okay. Oder ich gleich noch ein, zwei Waffen auf. Ja, da ist eh. Ich habe bloß einen Spitzverkehr da. Hopfer. Bist es du? Ja. Ja, das habe ich gerade so gesehen. Digga, das kriegt die so. Hä, wie haben wir jetzt gerade so vor? Nein, hol mir den nicht. Lasst ihr den? Ja, uuuh. Der war die ganze Zeit so One-Shot und dann waren meine Waffen. Und ich habe nur noch Schockerns gehabt und der war so weit weg. Ich hätte kaum gesehen. Setz mal du den Hände weg. Weg, Kreis. Ich dachte mir wieder, bevor du stirbst. Ja, klar, weil der war so gefährlich. Naja. Digga, der hat halt echt nach einer halben Stunde immer noch weggeschossen. Ich glaube, das war wirklich der einfachste auf der Welt. Ah, du bist schon voll. So, du bist ja schon arm voll. Ich bin schon raum voll. Bist du Kunst? Ah, was? Schade, ich war noch viel können in der Welt aufhalten. Oh, du scheißt den Schutze, oder? Äh, wenn es übelst pisst, sicherlich nicht. Ja, ich glaube nicht, dass pisst. Es soll übelst regnen. Echt jetzt? Das, ja. Ab 13 Uhr. Ach so. Na ja, dann tue ich mir das sicherlich nicht an. Mann, ich habe mich so gefreut. Ah, Digga, ist das heute unnötig. Das war die ganze Zeit so gut das Wetter. Mehr oder weniger. Ich hab hier nicht mehr gelandet. Nee, ich hab bloß zwei mehr kommen sehen. Mach die Tür auf. Schau mal kurz durch das Fanglas, ob ich den Gegner sehe. Ah, mach das. Mal gut. Was ist das für Geräusch? Oh, ja, wirklich, das wäre halt zu scheiße, wenn... Machst du schon, ja. Das hätte auch, dass ich mir so ein Klimageräusch hätte. Ich höre keins. Ui, die kann ich gut brah. Dein. Ach, da hast du sogar ein Sniper-Visier drücken. Ja, kein Sniper-Visier, aber wenigstens, wie sie... Ja, langsam, komm. Na, ich glaube, dann tue ich sogar mal Schock, ne? Ja, dann tue ich sogar mal Schock, ne? Ja, dann brauchst du mir die Sniper-Visier drücken. Ja, dann brauchst du mir die Sniper-Visier drücken. Ja, dann brauchst du mir die Sniper-Visier drücken. Ja, aber Medi gibt 100 Leben, Alter. Ja, willst du 5 Leiter healen, oder was? Ja, klar. Die Sniper-Visier, glaube ich, geben 20. Ich muss ja dich immer mithealen. Ja. Brauche ich auch Medi. Ja, zählen wir durch. Na, warte, hier sind wir irgendwo die Kiste. Zoffer kommt später. Ach, da oben ist's. Ist das so ein Aufwärt-Automaten, wo man die Waffe upgraden kann? Oder ist das nur ein Kauf-Automat? Nee, das ist bloß ein Kauf-Automat. Ach so. Na dann. Dann nehme ich halt die Granaten mit, wenn du unbedingt willst. Vorsicht, die Medi ist hier. Ich lege da einmal eine Granaten und dann nehme ich das nicht. Vor mir Schüsse. Könnte sogar beim Bunker sein. Hey, das geht gar nicht. Ja, fahr mal gleich weiter. Fahr mal gleich weiter. Das sind Schüsse. Wo ist hin? Da wurde ich zu Beschüsse. Können wir vom Berg runter schießen. Bleib auf der Straße. Ich glaub, die sind da hinter der Brücke, da würde ich nicht mehr. Gerade aus weiterfahren. Bleib auf der Straße. Da auf den Berg vor. Schau da rein. Ja, oi, da du fährst du wirklich hier. Ich wollte jetzt noch weg. Nee, okay, fast. Nein, jetzt hatte ich gerade den mit der Sniper anvisiert. Unter anderem, da ist der Baum davor. Mein Gott, jetzt bin ich genau auf der falschen Seite raus, oder was? Hä? Wo sind die Gegner? Gut, das haben wir schon getötet. Ja, wo warst du schon? Ja. Ich dachte, da wäre noch mehr über. Oh, nein. Mai, die haben wir nur Scheiße. Ja, wir werden ein bisschen laut davon. Ja. 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 Wer hat der eigentlich ins Hirn geschissen? Hä, was ist jetzt mit dem Bunker? Ah, komm, sag ich jetzt. Unser Bunker, unser Bunker, 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 Bunker. Ah, warte, wir, oh mein Gott, wir stellen, wir stellen die Autos vor den Bunker, dass ich die Granaten an den Autos hinwerfen kann, dass die Gegner dann zerschöpeln. Aber eigentlich müssen wir gleich die Autos vorher anschieben. Das war jetzt nur der Bunker. Was ist jetzt noch wie sie gesehen haben. Lila-Nä-Ding. Gui, du, du, du! Da ist er her, da kannst du eine Lille-Lanne holen. Oh, Stabs, Fliegel, 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 Fliegel. Oh, der ist schon hier. Weg, rein, 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 ich will die weg. Oh nein, ich bin down, der ist bei mir. Oh, der finisht mich. Ja, Digga. Wie kommen die das überleben? Was? Du darfst nicht mehr einfach wie ein Idiot raus pushen, du läufst mir einfach raus. Du warst doch auch draußen. Nein, ich bin genau in meinem Headglitch gewesen zwischen rausschauen und schießen und du sprintest raus wie ein Vollhunk. Du warst doch auch draußen. Nein, ich bin genau, hab genau raus gelurrt. Ich hab ihm einen Schuss gegeben und dann hab ich ihm Granatenfahrtfüße geworfen. Genau. Ich hab den auch genommen. Die konnten das überleben, Alter. Ich hab dich wie ein Irren an mir vorbeispringen gesehen. 6